Wir verwenden selbstverständlich den Begriff BIM ausführlich, weil wir festgestellt haben, und da sind natürlich die ganzen Anbieter von Lösungen, nicht unschuld daran, dass das Thema BIM zu einem Schlagwort geworden ist für die Digitalisierung. BIM allein als Begriff stellt natürlich einen kleinen Aspekt nur dar von der Digitalisierung, aber wir sehen es als unsere Pflicht an, den Markt hier nicht zu verunsichern, sondern den Markt dort, wo wir ihn jetzt abgeholt haben, in die Zukunft mitzunehmen. Jeder, der BIM macht, digitalisiert. Das ist unser Steckenpferd, wo wir sehr viel Arbeit sehen in der Zukunft auch und auch Überzeugungsarbeit, wie man mit Cloud-Lösungen vernünftig umgehen kann, wie man verschiedene Plattformen miteinander kombinieren kann, weil jeder große Anbieter hat mittlerweile seine eigene Plattform im Portfolio und hier ist es unsere Intention, diese Plattformen miteinander zu verbinden, auch mit unseren Marktbegleitern im engen Kontakt diese Lösungen zu erarbeiten, sodass unsere Kunden, die damit arbeiten müssen, aus einem reichhaltigen Portfolio für ihre Arbeitsdisziplin die beste Lösung wählen können. Digitalisierung ohne Vernetzung wird nicht funktionieren. Das heißt, es ist ein wesentlicher Aspekt, dass man vernetzt arbeitet. Und wenn man sich die Modelle ansieht, ob es jetzt Stadtmodelle sind, Gebäudemodelle oder auch Infrastrukturmodelle, dann bestehen die aus einem komplexen Ökosystem von vielschichtigen Informationen. Je mehr Informationen ich zu einer Baumaßnahme oder einer Stadt habe, desto schlüssiger wird das Bild, das sich erstellt. Das heißt, ich habe eine riesen Datenwolke, so könnte man es auch titulieren, aus der ich dann mit Analysemethoden auch feststellen kann, wie ich mit meinem Objekt weiter vorzugehen habe. Und wenn wir auch über den Lebenszyklus sprechen von Gebäuden und Maßnahmen oder auch über den Lebenszyklus von einer Stadt, wie sie sich im Wandel der Zeit entwickeln wird, dann ist es wichtig, auch mit so viel wie möglich verschiedenen Datenquellen auf den Plattformen miteinander umgehen zu können. Das bewirkt dann auch, dass man mit sogenannten Dashboards für die Entscheider an den entscheidenden Stellen, ob es jetzt Kommunen, Verwaltungen sind oder in den großen Baufirmen oder bei den großen Eigentümern von Liegenschaften, dass sie dann vernünftig mit diesen Daten auch arbeiten können und basierend auf diesen Dashboard- oder Clash-Ergebnissen Entscheidungen für die Zukunft oder für die weitere Vorgehensweise in den Maßnahmen treffen können. Da gebrauche ich gerne den Ausdruck, was, wann, wo, warum. Also die Vermesser und die Geodäten sind eigentlich der Ursprung von Datenerfassung. Man muss immer wissen, was sich wo befindet. Und von dem her baut sich eigentlich der komplette Prozess auf. Das heißt, alles, was gebaut wird, alles, was irgendwo auf der Welt getan wird, hat mit Referenzdaten, mit Geodaten zu tun. Von dem her ist es untrennbar miteinander verbunden. Und deswegen sollten sich auch die Besucher tatsächlich die Lösungen, die auf der Intergeo gezeigt werden, wirklich intensiv ansehen, weil das ist die Zukunft und die Basis für alles andere, was im Bauern passiert.